Musik Eine Reise zu den entlegenen Orten unserer Erde. Scheinbar losgelöst von Zeit und Raum. Dorthin, wo Menschen im Einklang mit der Natur leben. Fotograf Markus Morte stellt ihr Leben in den Mittelpunkt. Über Jahrhunderte hinweg haben sich indigene Gruppen an die extremen Bedingungen ihrer Umwelt angepasst. Doch die Globalisierung stellt sie vor große Herausforderungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie wird das Leben dieser Gemeinschaften in Zukunft weitergehen? Musik Begleiten Sie Markus Morte in seiner neuen Live-Fotoshow auf eine Reise an die Ränder des Horizonts. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020